Hallo, Mathimeter hier. Außerkörperliche Erlebnisse. Von den sogenannten Nahtodforschern werden sie als wichtige Beweise verkauft, während sie in der Wissenschaft als Halluzinationen eingestuft werden. Vom Gehirn erzeugte Trugbilder, die den betroffenen Menschen aber als real erscheinen. Wer Halluzinationen hat, ist nicht zwangsläufig verrückt. Jeder Mensch hat Halluzinationen, und zwar in Form von Träumen. Träume sind Halluzinationen. Wichtig ist dabei die folgende Erkenntnis. Halluzinationen können durchaus von realen Ereignissen beeinflusst werden. Wer sich morgens vom Radiowecker wecken lässt, kennt das vielleicht. Man träumt, dass man an einem sonnigen Strand liegt. Wenn dann der Radiowecker angeht und Musik spielt, dann ändert sich der Traum. Am Traumstrand spielt dann eben eine Band. Das Gehirn baut also die reale Musik in die halluzinierte Traumwelt mit ein. Das bedeutet aber nicht, dass ich tatsächlich am Strand liege und eine Band für mich spielt. Der Eindruck, mich außerhalb meines Körpers an einem warmen Sandstrand zu befinden, ist nur eine Halluzination. In Wahrheit befinde ich mich gerade im Bett in meinem Schlafzimmer und mir dämmert langsam, dass die Musik nicht von einer Liveband stammt, sondern nur von meinem Radiowecker, der mich aufweckt zu einem ganz normalen Arbeitstag. Was ich damit sagen will? Eine Halluzination kann durchaus reale Elemente enthalten. Aber dadurch wird nicht gleich die ganze Halluzination zu einem realen Ereignis. Das gleiche gilt für Nahtoderlebnisse. Das Gehirn ist im Schockzustand und halluziniert. Dabei baut es verfügbare Informationen über die Umwelt in die Halluzination mit ein, vor allem akustische Signale. Das Gehirn eines Unfallopfers hört die Sanitäter sprechen und hantieren und halluziniert sich den optischen Teil des Geschehens dazu. In seiner Halluzination scheint es die Sanitäter zu sehen, manchmal sogar von oben aus der Vogelperspektive. Die Nahtodgläubigen ziehen daraus eine voreilige Schlussfolgerung. Wenn das akustische Ereignis real war, dann müsse auch der Rest des Erlebnisses real sein. Obwohl die Augen des Unfallopfers geschlossen waren, konnten es die Sanitäter sehen. Also müsse die Seele den Körper verlassen haben. Aber diese Schlussfolgerung ist unzulässig. Eine Halluzination kann reale Elemente enthalten, aber das heißt nicht, dass die ganze Halluzination wahr wäre. Wie beim Beispiel mit dem Traum und dem Radiowecker. Auch wenn die Musik real war, kann man daraus nicht schließen, dass auch der Traumstrand real wäre. Aber jetzt zu der eigentlichen Frage. Sind außerkörperliche Erlebnisse etwas Besonderes, etwas, das speziell die Nahtoderlebnisse charakterisiert? Schauen wir mal auf die Zahlen, Daten, Fakten. In der groß angelegten AWARE-Studie wurden 101 Patienten befragt, die einen Herzstillstand überlebt hatten. Davon hatten 13 Menschen das Gefühl, ihren Körper zu verlassen. Das sind rund 13%. Warum so wenig? Warum hat nicht jeder Mensch, der nah am Tod ist, ein solches Erlebnis, an das er sich hinterher erinnert? Müsste ein derart einschneidendes Erlebnis sich nicht bei jedem ins Gedächtnis einbrennen? Warum berichtet nur ein Bruchteil davon? Eine schlüssige Erklärung sind die Nahtodgläubigen bisher schuldig geblieben. Ich kann eine Erklärung dafür anbieten, nur wird die den Nahtodgläubigen nicht gefallen. Es gibt nämlich eine andere Studie, in der es um das Thema Häufigkeit von Halluzinationen in der Normalbevölkerung geht. Unter Halluzinationen werden hier, wie in der Wissenschaft üblich, auch außerkörperliche Erlebnisse verstanden. In der Studie wurden 13.057 Menschen befragt, die nicht im Krankenhaus und nicht nah am Tod waren. Davon hatten immerhin 4,4% schon mal ein außerkörperliches Erlebnis gehabt, ein kleiner Teil davon sogar öfter als einmal pro Woche. Das bedeutet, das Auftreten von außerkörperlichen Erlebnissen ist in einer gewissen Häufigkeit offenbar normal, auch wenn man nicht auf dem Totenbild liegt. Es ist nichts, was Nahtoderlebnisse zu etwas Einzigartigem machen würde. Während die Wissenschaft die außerkörperlichen Erlebnisse als Halluzinationen einstuft, und zwar aufgrund von Fakten und Logik, halten die Nahtodgläubigen die außerkörperlichen Erlebnisse, sofern sie auf dem Totenbett stattfinden, für wahrheitsgetreue Einblicke in ein angebliches Leben nach dem Tod. Nahtodgläubige glauben ja generell, wenn man nah am Tod wäre, könnte man schon sehen, wie es ist, wenn man tot ist. Aber an einem schon der Begriff Nahtod. Was soll das? Entweder man lebt, oder man ist tot. Jemand, der nah am Tod ist, lebt immer noch. Warum sollte jemand, der noch lebt, schon sehen können, wie es ist, tot zu sein? Wenn eine Frau nah in einer Schwangerschaft war, weiß sie dann, wie es ist, schwanger zu sein? Ist sie dann ein bisschen schwanger? Gebärt sie dann nach neun Monaten ein Nahtkind? Das wäre doch mal ein neuer Forschungszweig, die Nahtkindforschung. Das wäre genauso unwissenschaftlich wie die sogenannte Nahtodforschung, die die Halluzinationen eines sterbenden, unterversorgten Gehirns für wahre Münzen nimmt. Außerkörperliche Erlebnisse sind keine Besonderheit von Nahtoderlebnissen. Sie kommen in der normalen Bevölkerung ebenfalls vor, wenn auch etwas seltener. Und charakteristisch sind außerkörperliche Erlebnisse für Nahtoderlebnisse auch nicht. Ein Ereignis, das nur in rund 13 Prozent aller Fälle auftritt, ist viel zu selten, um es als charakteristisch zu bezeichnen. Charakteristisch für Nahtoderlebnisse ist die Erfahrung, da war nichts. Das heißt, ich habe während dieser Zeit nicht existiert. Das ist der häufigste Fall bei Patienten, die einen Herzstillstand hatten. Und weil es der häufigste Fall ist, muss man ihm das meiste Gewicht geben, wenn man wissen will, ob nach dem Tod noch etwas kommt. Alles andere wäre eine Fehlinterpretation der Fakten. Vor allem aber, außerkörperliche Erlebnisse sind nichts Übernatürliches, egal ob sie nah am Tod oder mitten im Leben auftreten. Sie sind nur das natürliche Produkt eines natürlichen Gehirns. Sie sind Halluzinationen, genau wie Träume. Und genau wie Träume können sie manchmal unbewusste Wünsche oder Ängste transportieren, wie zum Beispiel die Vorstellung eines Himmels oder einer Hölle. Aber für die Wahrheitsfindung sind sie ohne Bedeutung. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.